Was macht ein Alltagsphilosoph auf einer Bankentagung? Und ich wurde ganz angenehm überrascht, dass Richard David Precht dort einen gelungenen Vortrag hielt über die Frage, was hat Krise, was hat Wirtschaftskrise, es hat vielleicht auch Bankenkrise, mit dem täglichen Leben zu tun, mit uns in unserer Wirklichkeit, die ihn ja im Kern immer interessiert. Wie empfinden wir das individuell? Was löst das bei uns aus? Welche Wertungen vorziehen wir bei dieser Betrachtung und welche sind angemessen und welche sollten wir überprüfen? Da diese Art des Vortrags und dieser Zugang zur Betrachtung mich sehr angesprochen hat, habe ich dann mal im Internet mich über ihn informiert und habe mir dann dieses Buch gekauft. Richard David Precht, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und ich hatte die Vorstellung, als ich den Titel las, dass es sich dabei ganz wesentlich um die Frage der Rollenfindung und Rollenspezifizierung im individuellen Leben handelt. Und ich habe dann festgestellt beim Lesen, dass ich das nur in Teilen wiedergefunden habe. Es geht vielmehr darum, dass eigentlich unser Individuum und damit wir selbst reflektiert wird in ganz, ganz vielen Fragestellungen aus unterschiedlichsten philosophischen Denkrichtungen, um herauszufinden, wer bin ich eigentlich und wer bin ich aus der Sicht von Kant, wer bin ich aus der Sicht der Utilitaristen und vieles andere mehr. Eigentlich gründet das Ganze auf die drei Kernfragestellungen, die Manuel Kant geboren hat. Die erste nämlich, was soll ich wissen, welche Erkenntnis soll ich haben, abgeleitet daraus zweitens, was soll ich tun, wie soll ich handeln und drittens die Zukunftsfrage, die uns Menschen ja immer sehr beschäftigt, was hat das für eine Perspektive für mich, worauf darf ich hoffen, was mag mich in meinem Leben erreichen. Die vielfältige Betrachtung führt zu ganz unterschiedlichsten Fragestellungen und auch Versuchen einer Antwort. Man mag gegen das Buch kritisch einwenden, dass viel mehr Fragen aufgeworfen werden und viele Antworten unterbleiben oder eher vage sind. Allerdings muss man, glaube ich, wenn man ehrlich ist, auch zugeben, dass es sich dabei um so grundsätzliche und so schwierige Fragen handelt, dass wir in der gesamten Vergangenheit darauf keine schlüssigen, abschließenden Antworten bekommen haben und vielleicht auch nicht bekommen werden. Gleichwohl bleibt es interessant, sich mit diesem Buch zu befassen. Es ist eine philosophische Reise, so heißt es im Untertitel. Es ist keine Philosophie Geschichte im durchgängigen Sinne, aber im Sinne der Ideen und Betrachtungsaneinanderreihung vielleicht schon. Hochinteressant für diejenigen, die sich mit solchen Fragen auch in der Vergangenheit schon mal beschäftigt haben. Hochinteressant aber auch für die, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben, weil sie eine leicht lesbare, überschaubare und recht lockere Einführung in diese Betrachtungsgrößen erhalten. Und das immer aus der Frage raus, wer bin ich eigentlich? Eigentlich die zentrale Frage unseres Lebens, mindestens eine der ganz zentralen. Hochlesenswert. Für mich als Fazit ist eins geblieben. Er hat ja im letzten Jahr ein weiteres Buch veröffentlicht, Prechts Buch über die Liebe. Auch wieder ein sehr individualbezogenes Buch mit sehr interessanten Ansätzen. Und dieses Buch hat mich gelehrt, das nächste auch zu lesen. Und dieses Buch hat mich gelehrt, das nächste auch zu lesen.